Die Rauben essen Malbeerblätter, sie führten zehnmal am Tag. Das sind Zeitenlaufen? Ja. Schau mal recht klein aus. Nur drei Tage alt. Und sie essen bis 24 Tage. 24 Tage. Ja, sehr schön. Nach vier 24 Tage. An der Rauben war es ungefähr zehn Minuten los. Und produzieren Seitenfaden. Ja. So nach hier können die Kofonen messen. Ja. Ja. Wir kochen hier und abgewickelt in den Baden. Ist der Baden dicker wie das Haar oder dünner? Dünner. Hälfte dünner? Drei Viertel dünner. Ja. Und jetzt Naturfarben? Naturfarben, nach ihr Spinnen, wenn sie oder andere Farben vor ihr Leben gefärbt. Also mit Naturfarben? Äh, er so viel Farben, das ist bisschen semi. Und es wird dann immer mit Naturfarben eingefärbt? Ja, Naturfarben bisschen teuer. Weil normalerweise ein Mittel in Naturfarbe kostet ungefähr 60 Euro. Nicht billig? Ja, wir dann machen in Naturfarbe. Normalerweise in so viel Farbe kostet ungefähr 18 Euro. Ja. Also die, die allergisch sind, brauchen Naturfarbe. Naturfarbe teuer. Für die, die allergisch sind, brauchen Naturfarbe. Ja. Naturfarbe und wir haben weiße. 자,singin. Das ist Naturfarbe. Ja. Es ist Naturfarbe. Ja. Das ist Naturfarbe. Das ist Naturfarbe. Das ist Naturfarbe. Und das ist mehr Sex, gucken zusammen, ein Fade, viel wir nehmen für Bettwäsche, Vorhänge, Jacke, ein bisschen mehr hier. Hundzug? Hundzug, ja. Das ist alles mit Esofri Farbe, das ist Ketuz mit Maschine. Und das ist auf Natur. Das ist Naturseide, aber Esofri Farbe. Kann man auch in den Fabrik reinschauen, ob die Wüste entstehen? Wo Sie nicht arbeiten, oder Sonntag? Nur Verkauf? Ja. Verkauf fürs ganze Jahr. Sonntag ist Feiertag, die Arbeiter. Ja. Aber nicht bei allen. Aber nicht bei allen. Wenn Sie wollte was machen, schöne Hände oder so, Seide, dann macht ein guter Preis. Ja. Macht schon sein, aber ich habe genug Kleidung zu Hause. So viel kann ich gar nicht kaputt machen. Ja. Ich mache alles für Internet. Wie viele gibt es, was interessiert sind an Seide. Okay, dann kommen wir weiter hier, ja? Hm? Kommen wir dann weiter. Kommen wir dann weiter. Kommen wir dann weiter. Kommen wir dann weiter.